einen wundervollen guten abend aus portugiesien wir machen jetzt eine ganz kleine runde ganz sanfte und mobilitätstraining a la bob ok und dazu fängst du einfach mal nicht so in den körper zu fühlen mach dich mal ganz groß vielleicht oder du klappst zusammen und machst dich mal ganz klein ganzen alle ecken gehen alle kanten eine hocke bist kannst du mal eine hand nehmen und die über das vordere knie einmal so umlegen vorn herum machst du dich so ein bisschen und die freie hand richtest du dann auch ganz gerade aufrichten genau und versuchen ob du die füße parallel stellen kannst dabei dann die andere seite umfasst dein knie die schulter soll quasi von die hängen muss also gut runter wollen genau rechte schulter rechtes knie und ist dann kommst du mal in den vierfüßler stand wir gehen mal so ein paar kette in chaos machen das heißt also du singst einmal in deinem bauch in mecken guckt aus wechseln vorwärts aus dem kopf und nach oben hinten und das gegenteil der kopf kommt runter der pro kommt rein ein hier 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 und den Kopf schön kreisen, wenn er nach oben guckt, und wieder das Gegenteil. Dann kommst du mit dem Po mal hoch, jetzt hat der Po den höchsten Punkt, und guck mal, ob du auf deinen flachen Füßen stehen kannst, obwohl du im Pipe bist. Das heißt, die Fersen kommen einmal ganz runter, da solltest du so ein Ziehen merken in den Wagen, und jetzt kommst du auf Zehenspitzen und drückst dich mal so weit nach vorne, wie es geht, und wieder nach hinten. Und weit nach vorne drücken. Das aktiviert die Schultern, deine Handgelenke, und wenn du dich nach hinten lehnst, schieb mal wirklich deine Schultern zurück, das heißt, die Po schiebst du zurück, deine Arme schiebst du kräftig in den Boden, Okay, noch fünfmal vor und zurück. Weit nach vorne, richtig klasse, und weit zurückschieben. Weit nach vorne, weit zurück. Mega, du kannst deine Zehen, wie Moana das gerade macht, auch mitnehmen, das heißt, also die Zehen kannst du, wenn du dich nach vorne lehnst, wirklich auf den Zehenrücken dich stellen. Nicht Zähne, Zehen. Zähne haben keinen Rücken. Und langsam hoch. Jetzt gleich fangen wir mal an, die Schultern uns zu holen, das heißt also, du öffnest dich ganz weit, schaust nach schräg oben, der Po ist schön fest, eine Hand kommt hoch, eine geht runter und du streichst dich so ein bisschen selbst. Wichtig ist mir, dass der Kopf oben bleibt, ja. Der Kopf macht keinen Platz für deine Schultern. Große Bewegungen und weit öffnen die Arme. Lass den Po fest und spür mal, wie deine Schultern aufgehen, wie die Muskeln darin arbeiten, wie deine Gelenke arbeiten. Weite Bewegungen aufmachen. Okay, dann drehst du dich mal um und frag mal, ob er das Kabel braucht. Der kann ruhig hier rein und das Kabel holen, ne? Okay. Lösen. Und wir nehmen nochmal den Kopf dazu. Das heißt, den Po lässt er angespannt und wenn der Kopf nach links ist, der Kopf, den lehnst du richtig nach links, dann schaust du mal nach rechts. Das heißt, du willst deine rechte Schulter anschauen können und dann drehst du über hinten zurück zur anderen Seite und schaust über deine linke Schulter, aber der Kopf ist ganz weit rechts. Hier merkt man schon, wenn man die Übung ein paar Mal macht, wie der Nacken freier wird. wenn du die Schultern locker lässt, lass alles locker. Es geht wirklich darum, nur den Nacken zu befreien, dass wir die Wirbel im oberen Bereich der Wirbelsäule einfach frei kriegen, okay? Dass da nichts mehr hakelt, eng ist oder irgendwas. Okay, dann kommen wir mal in den Plank, in den Liegestütz. und wir arbeiten einfach mal ganz langsam machen wir Mountain Walkers. Das heißt also, du bist im Plank, ein Bein ist vorne und jetzt sinkst du einmal tief ein, tief, 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 tief und dann schiebst du einmal den Po zurück und kommst zur anderen Seite nach vorne. Und wieder zurückschieben den Po und nimm dir mal ganz viel Zeit, dass du hier vorne, wenn du hier vorne öffnest, dass du wirklich mit deiner Mitte tief sinkst. Hier sollst du wirklich den Abstand zum Boden wirklich verkürzen, dass die Hüfte einfach super schön aufgeht, okay? Ganz langsam in deinen Tempo schiebst du den Hintern zurück und sinkst tief ein. Wenn jetzt dein rechtes Bein vorne steht, dein rechtes Bein kommt nach vorne, kommt deine rechte Hand einmal von links vorne, links vorne nach rechts, hinten. Wieder nach oben, wieder nach links vorne, dreimal das Ganze, vor, hoch, zurück und noch einmal von vorne links nach hinten rechts. Okay, Hand ab, Down Dog. Zieht noch mal alles zurück. Und jetzt kommt das linke Bein nach vorne und deine linke Hand nach außen. Jetzt bist du innen, außen, weil ich will hier, da will ich eine Öffnung reinkriegen. Nimm mal beide Hände flach. Da will ich, ich will das Bein, will ich nach außen, deswegen stehen deine Hände innen, das Bein außen. Und jetzt kommt deine linke Hand, da wo das Bein steht, die Hand, die kommt jetzt nach rechts vorne, einmal nach oben und nach links hinten. Große Bewegung machen, spür mal, wie die Schulter aufgeht und die Hüfte permanent den Impuls kriegt und hat, weiter aufzugehen. Okay, Arm ab und über den Down Dog, Bein zurückschieben. Und wir laufen mit den Händen flach am Boden. Laufen wir mal vor. Das heißt, du bist im Plank und schau mal, du läufst mit flachen Füßen, die Ferse kommt immer zum Boden, läufst du vor, soweit wie es halt geht. Fersen flach an den Boden, soweit wie es geht, dann läufst du wieder zurück. Und wieder zurück. Bis du wieder am richtigen Plank bist, auf den Zehntel, willst du ganz weit zurücklaufen, ganz weit zurück. Und jetzt guck mal, ob du noch weiter zurücklaufen kannst, dass deine Hände hier vorne stehen, dass du wirklich noch weiter zurückläufst. Guck mal, was da geht. Und dann läufst du wieder vor. Wieder vorlaufen. Und sobald es geht, auch auf die Ferse, auf den Fersen. Und dann läufst du wieder zurück, soweit wie es geht. In den Plank und weiter. Bis zum Horizont. Und immer weiter. Und noch einmal vor. Und noch einmal in den Plank. Okay, du kommst jetzt mal auf deine Ellbogen oder Unterarme. Okay, und jetzt kommt der rechte Arm einmal nach oben, ganz weit nach oben und wieder runter. Der linke Arm einmal nach oben und wieder runter. Spür mal, wie deine Bauchmuskulatur oder arbeitet. Ganz gerade hoch, den Arm. Okay, komm auf die Hände. rechtes Knie geht zum linken Ellbogen. Einmal nach vorne und einmal ganz hoch. Einmal nach vorne und einmal ganz hoch. Fünfmal pro Seite. Let's go. Nur fünfmal. Und dann kommst du auf deine Knie und rufst dich aus. Okay, genau. Wenn du jetzt stehst, stell dich mal hin. Einmal die Arme drehen. Der Kopf bleibt erstmal stehen. Und jetzt nimmst du den Kopf einmal mit. Locker machen. Okay, lösen. Genau. Und wir fangen mal ganz langsam an mit Step Back Plank. Und zwar laufen jetzt die Füßleins zu den Händen. Also, ich zeige, wo ich mit dir hin will. Das heißt also, Ausfallschritt nach hinten. Knie berührt den Boden, aber ohne Druck. Ausfallschritt nach hinten. Jetzt kommst du einmal tief. Und deine Hände laufen einmal nach vorne in den Plank. Hier berührst du einmal deine Schulter. Und deine Hände laufen zurück. Stehst auf. Step Back. Step Back. Okay? Let's go. Step Back. Machen wir zusammen. Eins. Zwei. Jetzt kommst du tief. Und deine Füßleins laufen zurück in den Plank. Eins. Zwei. Und deine Füßleins laufen wieder nach vorne. Aufrichten. Let's go. Genau. Beim Aufrichten. Gucke mal, ob du mit dir angehobenen Armen dich aufrichten kannst. Das heißt, du kommst jetzt hier tief. Deine Beinchen laufen zurück. Du berührst einmal deine Schultern. Jetzt laufen deine Hände nicht an deine Beine nach vorne. Und jetzt mit gestreckten Armen richtest du dich einmal auf. Und weiter geht's. Das heißt, du kommst jetzt hier auf. Und weiter geht's. Noch dreimal. Okay. Sumo Squat. Du stehst ganz breitbeinig da. Und immer wenn du im Sumo Squat stehst, versuch mal dir vorzustellen, dass du den Boden unter deinen Füßen zusammenrücken willst. Ja? Das heißt, der Muskel hier ist aktiviert. Ja? Der ist wirklich aktiviert, immer wenn du stehst. Das heißt, wir berühren jetzt mit flacher Hand den Boden. Stellen uns wieder hin. Popus ganz fest. Und ziehst den Boden wirklich Richtung Körpermitte. Let's go. Bei wem knackt die Hüfte da noch? Nicht der Einzige? Knie bei dir. Okay, wir haben eine Hüfte, ein Knie, was knackt. Hede Füße nach außen schauen, oder? Spick. Ja, also 45 ist okay. So, dass du ganz viel Macht hast, dass du wirklich aktiv die Beine Richtung zueinander bewegen kannst. Bitte. 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 Vielen Dank. 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 Perfekt. Und jetzt einmal Kick hoch. Sechges Bein hoch. Kick. Das ist der Blick ist... So, noch zehn Sekunden. Mega gut. Klasse. Keep going. Okay. 2 1 aus atmen schütteln genau ok nächste mobilisationsübung machen wir für die schultern und für die fersen sprunggelenke und zwar rocket stars also sieht es aus du kommst in eine position oder hoch steht jedenfalls so dass du auch mit deinem po auf deiner auf deine fersen sitzen kannst und schiebst einmal die zwei einmal aufstehen okay noch mal 1 2 und einmal aufstehen let's go rocket start stand up mega sehr klasse uhr du öffnest die hüfte schön weit genau in den beckenboden mit perfekt okay 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 Und aus. Tief atmen, mega schön, genau, hol dir mal deine Handgelenke zurück, lächeln, okay, wir gehen nochmal in die Mountain Walkers und machen jetzt Mountain Walker Leg Straight, okay, das heißt, sieht wie folgt aus, du startest im Down Dog, ein Bein kommt nach vorne, einmal sinkst du tief, einmal streckst du dein Bein aus, wieder zurück, einmal tief, einmal lang und zurück, okay, let's go, einmal tief, einmal lang. So, jetzt einmal, versuch mal mit den Händen flach zu bleiben, hast du wirklich, die Hamstrings sind hier wirklich lang ziehst, das Wort, ah, genau, perfekt. Now we're going to do our project now. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist wichtig, dass du den hier vorne einmal ausstreckst, lang machst und dann den Down noch. Und die letzten zehn Sekunden. Nimm dir Zeit. Klasse. Nun noch sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und aus. Tief atmen. Ausruhen. Handgelenke holen. Okay, jetzt kommt mal eine schöne Chorübung nochmal dazu. Wieder auf den Händen. Wir kommen jetzt ins Beast zu machen und Beast Rotation. Das heißt, du bist ein Biest und drehst den Arm nur einmal nach hinten. Hinten. Das Rückwärtsschwimmen ist alles, was nach hinten geht. Immer im Wechsel. Und zwischendurch, wenn du einen links und einen rechts gemacht hast, hoppst du einmal nach vorne in den Frogger. Ohne aufzustehen. Okay? Nur einmal nach vorne hoppst du in den Frogger. Und ich zeige dir, wo ich mit dir hin will. Das geht in den Beat. 90 Grad in der Hüfte, 90 Grad in den Knien. Einmal drehen rückwärts. Blick rein. Einmal drehen rückwärts. Einmal nach vorne. Eins, zwei und einmal nach vorne. Let's go. Eins, zwei und einmal nach vorne. Let's go. Eins, zwei und einmal nach vorne. Kannst du hier auch nochmal deine Knie wirklich auseinander drücken, dass du die Hüfte wieder schön kriegst. Das hat die auch. Das hat die auch. Nicht die gleiche Seite. Okay, setze ich mal auf den Po. Auf den Po setzen. Deine Knie drückst du Richtung Boden. Deine Füße aktivierst du nach oben, nach vorne. Jetzt stell dir mal vor, dass du Länge in deinem unteren Rücken kreierst. Mach die mal ganz groß, ganz lang. Arme sind vor, also hoch. Und guck mal, wenn du immer wieder Länge kreierst, wie weit du dich da nach vorne schieben kannst. Versuch mal keinen Rundenrücken zu machen, sondern wirklich nur so weit, dass du dich nach vorne, dass du einfach wie so ein Scharnier nach vorne klappst. Ja, immer mit Länge kreieren. Und wieder auf. Okay, die Arme zur Seite und wieder hoch. Lass mal den Bauch schön angespannt und der untere Rücken ist schön gerade. Und ein leichtes Lächeln und spielt deine Lippen. Ein leichtes Lächeln und spielt deine Lippen. Okay, die Arme sind auf halber Höhe und deine Handflächen zeigen nach vorne und du schwingst. Lass den unteren Rücken gerade. Alles ist aktiviert, deine Zehen sind Richtung Schienbeine, deine Knie drückst Richtung Boden und der untere Rücken ist schön gerade. Und wir haben ein leichtes Lächeln und ein Lächeln. Der halbe Lächeln und ein Lächeln. Noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Handflächen zeigen nach unten und du fängst an zu flattern. Sei der Arme, der du schon immer sein wolltest. Deine Zehenspitzen aktiviert, deine Knie drückst du runter, dein untere Rücken ist gerade. Noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und ab. Schulter kreisen. Okay, du schlaumst auf deine Füße, dein Po hängt frei, der berührt den Boden nicht mehr. Und im Wechsel gehen wir jetzt einfach hoch und berühren unser Sprunggelenk oder unseren Fuß, Rücken, unsere Fußsohle. Dann lasst du es mit den Händen machen und die Beine, wo die Beine kommen. Genau. Hiermit trainieren wir mal den Luteus Maximus, der große Po-Muskel. Hier trainierst du die hintere Schulter, den Trizeps, dein Chor und dein Gewissen. Noch zehn Sekunden. Und wir kommen in den Plank. Ab in den Plank. Einfach nur in den Plank. Einfach nur in den Plank. Hip thrust. Das heißt, großen Bogen, du kommst mit der Hüfte hier einmal runter, ziehst den großen Bogen mit der Hüfte zur anderen Seite. Yes. Großen Bogen zeichnen. Und dann. Und dann. Mach sechs Sekunden. Und aus. Guck mal, ob du in der tiefen Hocke dich ausruhen kannst. Geh in der tiefen Hocke. Geh in der tiefen Hocke. Und nachspüren. Aufgehen. Okay, beide Arme sind vorne. Handflächen zeigen nach vorne, genau. Guck mal, ob du den Arm in einem großen Kreis nach hinten fahren kannst. Egal. Na, den gehst du mal zu Diana. Diana, fass dich doch immer an. Da geht es eh um die andere Seite. Und die hier, die arbeitet, da habe ich so ein bisschen wissig. Nur noch zehn Sekunden. Schön weit öffnen. Arme weit nach hinten. Dann öffnest du die Schulter, die Hüften. Perfekt. Mega cool. Okay, dann landest du wieder auf deinem Po. So, rechter Fuß auf die linke Seite deines linken Knies. Der Ellbogen, der linke Ellbogen kommt auf dein rechtes Knie. Andere Seite. Und jetzt kommen nur die Fingerspitzen der rechten Hand. Laufen erst nach hinten. Und nur die Fingerspitzen. Ja. Und jetzt drehst du mal dein Becken so weit, dass du hier wirklich den Zug im Po spürst. Merkst, okay, ja, ja. Da zieht sich was. Stehst du noch den Fingerspitzen, das ist wichtig. Und jetzt zeichnest du mit deiner Nasenspitze große, große Kreise. Full Rates of Motion. Alles was geht, ziehst du jetzt mit deinem Kopf, mit deiner Nase in beide Richtungen. Okay. Beine ausstrecken. Und guck mal, ob du deine Fuß so oder mal anfassen kannst. Und guck mal, ob du den Fuß in irgendeine Richtung ausstrecken kannst. Von links nach rechts. Einfach ausstrecken, genau. Perfekt. Mega. Darf ruhig hinziehen. Wenn es nicht ganz so geht, fass mal ein Sprunggelenk an. Genau. Wichtig ist, dass du den Eimer durchstreckst. Lösen. Dein linker Fuß steht auf der rechten Seite des rechten Knies. Dein rechter Ellbogen kommt ans Knie. Deine linke Hand steht nur auf Zehenspitzen, äh, auf Pecherspitzen. Du drehst dich wieder so weit auf. Du spürst mal, dass du deine linke Po-Backe, dass du die wirklich spürst, die Seite. Noch ein bisschen Dampf auf. Und dann kommt die Nasenspitze wieder im großen Kreis. Und dann kommt die Nasenspitze wieder im großen Kreis. Hallo Junge. Willst du checkst, oder? Ja, check. Ja, ich weiß. Zu viel. Nein, was? Und auch hier kannst du spüren, wie mit jedem Atemzug, den du jetzt machst, dein Nacken freier wird, wie der so ein bisschen mehr wieder durchlässig ist. Im Rückenmark sitzt auch ein Großteil des Nervensystems, also das darfst du ruhig frei machen. Und wenn du den Kopf hier schön langsam drehst, kontrolliert, in alle Richtungen. Und hier wieder, jetzt entlöste dich und dein linkes Bein, guck mal, ob du die Fußsohle greifen kannst. Und in irgendeine Richtung spannst du jetzt mal dein Bein ab. Okay. Wir gehen noch einmal ins Wies und laufen jetzt mal oben rüber, um einfach die Wirbelsäule in der Richtung nochmal richtig schön aufzumachen. Das heißt also, du bist im Wies und machst jetzt einen großen Schritt in die andere Richtung, kommst einmal in die halbe Brücke, in die ganze Brücke, brückst dich einmal nach oben, das war's schon. Und wieder zurück, großen Bogen, andere Seite auch, großen Bogen, erstes Bein hochschieben, dann drehst dich um, komplett in die Brücke, rückst dich einmal nach oben. Und versuch mal nicht zu plumpsen, versuch mal diese Geräusche zu lachen, sondern nicht wirklich kontrolliert bis hinten ran zu drehen. Und wieder zurück, das war's schon. Und wieder zurück, das war's schon. Und ausruhen. Und ausruhen. Megaschön, genau. Die Handgelenke zurück. Und ausruhen. Okay, was wir jetzt machen, wir laufen, wir machen den Front Fall, das heißt also, du stehst im Stand, deine Arme sind ganz lang, du kippst einmal nach vorne, du läufst in den Ply. Hier springen wir einmal nach vorne, springen wieder nach hinten, du berührst einmal deine Schultern und streckst dich einmal aus. Und dann läufst du wieder zurück. Und kommst mit der oben in den Hinten hoch, ja, also nochmal, einmal in den Ply laufen, einmal nach vorne, einmal nach hinten, einmal berühren und einmal lang. Okay. Und wieder zurück. Let's go. Einmal nach vorne laufen, ein Frogger, einen zurück, Shura Tap, wieder zurück. Arme hoch. Arme hoch. Und jetzt zurück. Na. Hoch. 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 Vielen Dank. 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 Und aus. Einfach liegen bleiben, ausruhen, tief atmen. Das ist eine mega krasse Übung für den hinteren Bereich deiner Schultern. Und für den unteren Rücken. Entspann dich, entspann dich, entspann dich, entspann dich mal. Perfekt. 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 Dein linken. Perfekt. 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 Und du zieht. Und du zieht. tief atmen. und andere Seite. Und andere Seite. Und andere Seite. Und auch hier. Und auch hier. Und auch hier. Und langsam lösen. Und langsam lösen. Beide Beine aufstellen und nochmal tief atmen. in den unteren Rücken. In den unteren Rücken. Mega gut, ey. Das war's schon. Du. Du kannst jetzt kalt duschen gehen. Oder warm. Je nachdem, was gerade dran ist. Und ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Abend. Danke dir Ute. Und wir sehen uns am Samstag wieder. Okay? Tschüss. Und einen wundervollen Abend dir. Tschüss. Danke.